Ein herzliches Grüß Gott und meine Kärntner Heimat. Mein Name ist Hans Rochsk, bin 53 Jahre alt, vom Beruf Naturdiplomat. Komme ursprünglich aus Sermagor und viele von euch, einige denke ich, werden mich noch als Hans Sermagor kennen, der ehemalige Witzeerzähler von Ö3. Naja, heute Naturdiplomat ist natürlich ganz was anderes, da erzähle ich keinen Witz. Und ja, viele fragen mich, was macht ein Naturdiplomat? Ich versuche der Natur eine Stimme zu geben, befasst mich mit Pflanzenheilkunde und ich versuche einen Beitrag zu leisten, damit uns unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt und das ist die Natur. Und wenn man sich das Ganze anschaut auf dem Planeten, was so passiert, dann muss ich leider Gottes sagen, dass wir teilweise sehr unverantwortlich mit unserem wichtigsten Gut umgehen. Ja, ich möchte euch recht herzlich einladen. Ich referiere oder präsentiere am 23. Juni im Fast-Street-Skyl in der Alten Post über eine ganz außergewöhnliche Pflanze und zwar über Moringa olifera. Moringa olifera ist nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand, also naturwissenschaftlichen Stand, die Pflanze mit der höchsten Metallstoffdichte. Und wenn ihr darüber Näheres erfahren möchtet, könnt ihr euch vorab schon auf meiner Homepage, auf meiner Website informieren, www.teragrin.eu. Und alles weitere Spannende gibt es dann eben am Vortrag in Fast-Streets geil. Ich freue mich sehr über euer Kommen. Bis dahin! Bis dahin! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020